So, Willkommen zurück bei Dying Light, The Following. Wenn das Hauptspiel schon fertig gespielt und JETZT messen wir ihn ins DLC. Ich habe ihn schon einmal. Komm schon. Hallo. Da bin ich eigentlich auch fast fertig. Aber das ist einfach ein Spaß da mit dem Schlag. Wo ist da hin? Hallo. Tschüss. Nö, nicht. Komm raus. Nö. Komm hier. Komm hier. Na fahr mal mit dem Buggy. Der ist auf der anderen Seite. Warte. Da randalieren wir mal. Hui. Da ist er, der Biest. Yeah. Geil, der kriegt er. Hehehe. 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 Komm mal nicht, Timo. Schade. Ähm, Zerstörungsmüll. Keine Lust. Wenn die Zombies wäre, jo. Was sollen sie denn? Brennen. Brennen. Äh, brenne ich da. In der Flammenwerfer drin und Detektor-Shock. Yeah. Juhu. Haha. Kommt her. Ohja, der brennt sich schön aus. Stimmt ja. Hey. Aber sie machen die noch nicht. Ist die Militärausrüstung? Bei noch nicht genügend Kunststoff. Arbeit. Achso, Elektroschock tut mir abflut. Okay, dann, ähm. Boah. Was zum... Ich höre was. Na, die Biesten nicht. Weg da. Hehehe. Juhu. Tschuldigung. Und... Ahem. Mal Holzkoß. Hey Du. Pack ich mein Schatz aus am und das bin ich weg. Beide Leute. Nö. Ich will nicht halten. Haha. Renn. Hey Du. Hallo, ich mach jemanden. Warte mal. Hallo. Renn! Weg. Haha. Hallo! Ich sehe nix! Trend! Jajajaja Ok... Dann wollen wir eine Runde irgendwo hin! Wir haben keinen Plan wohin! Und dann kommt der Autobahn, oder? Ja, ja! Servus! Weg da! Komm hoch! Power! Ich wollte immer den Knie da, oder den Hügel da rauschen. Warte gleich. Alter, ich bin... Oh! Ich bin schon in der Strasse! Und was ist da? Oh, ein Dorf! Oh, Mauer! Nie! Bauch! Weg da! Und trennen! Aha, da könnte ich. Alter, der hat Power! Hahaha! Das ist so geil, wenn er vollkommen aufgerüstet ist. Außer die Bremse natürlich nicht und die ist beschädigt. Das ist mir aber egal, wer Bremse verliert. Oh! Für euch habe ich was anderes. Warte mal, wo... Ah, du zeigst die Granaten. Was ist das? Das sind so Easter Egg Waffen. Das ist... Ah, das ist die! Oh, WTF! Das ist so geil! Ja, kommt her, kommt her! Hahaha! Geil! Ja, kommt her, kommt her! Hahaha! Geil! Ja, 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 ja! Klappe zu! Ja, 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 ja! Boah! Ich hab's verteilt! Tschüss! Äh, bo... Ah, da! Hahaha! Wie geil! Haha! Jo, 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 Boah, Boah! Nö, nö, nö! Stirb! Möh, heh, heh! Oh Gott! Der macht Übungen, also Yoga Übungen. Was macht er jetzt? Nicht weglaufen, bleib stehen. Nicht gegangen, irgendein Schwung gehabt. Kommt raus da. Ich hab noch eine. Habe ich die Worte gemacht? Tschüss! Oh, ich hätte auf Feilung schauen sollen. Die Granate macht Spaß. Gut, auf! Nächste, Waffe! Nächste, nächste! Was brauche ich denn? Was ist da drin? Hallo? Sicherplatte, ja, ja, ja. Ähm... Da, die Patten. Piep! Äh, ja, wo bin ich da? Auf ne Hütte? Okay. Äh, da ist ne Flagge! Irgendwann folgt man. Was ich weiß. Achso, da gibt's einen Cooldown. Ah! Aha. Geht jetzt ein Knopf? Ja! Drück ich mal ab! Wieder da oben! Gatt'n Dreck! Uff! Ja, 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 ja! Schöne Gegend! Würde ich aber nicht leben wollen! Nicht verteilt in mir, scheißegal! Da haben ich nur 3 Granate? Oh, die... Die könnte man da hernehmen. Ähm... Leute, ich hab' euch was mitgebracht! Hier! Hm, das war zu wenig! Komm, wir laufen alle dahin! Alter, ist doch gerade der Chaos! Nein! Nix da! Äh, wo ist der überspucht? Ah, da hinten! Hier, fang! Das ist nicht der, was spucht! Aber okay! Ne, 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 ne! Alter! Ups! Äh, Entschuldigung! Ne, 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 ne! Wiii! Ich hab' keine Granate mehr! Alles klar! Dann, ähm... Leute, ich muss leider los, gell? Tschüss! Alter! Warte! Okay! Wo, wo, wo... Wo bin ich? Ah, ah, da war ich schon! Hier war ich schon! Aber ich... Ich bin draus im Schaden! Haben wir noch was vergessen? Nö, schau! Kiste leer! Okay! Tschüss! Oh! Jetzt bin ich da! Yeah! Aber... Ich war noch nie hier! In den Knopf hast du jetzt gecraftet, also... Okay! Massaker! Ja! Mhm! Hier soll der Strom erzeugt werden! Hallo und herzlich willkommen! Mhm! Boah, das ist... Schaut nicht gut aus! Und da ist definitiv verschief gelaufen! Ich kenne es noch im Video! Ja, genau! Durchs Becken! Die laufen da! Denn die will das ja fressen! Okay! Zum nächsten! Okay! Hier war ich anscheinend schon! Wo bin ich denn überall? Oh! Oh! Dort bin ich! Ja! Gibst du... Der letztes einzige Saal! Nö! Geranimo! Treff ichs? Treff ichs? Treff ichs? Nö! Treff ich nicht! Ja, gut! Äh... Noch mal Knopf! Okay! Komme du... Kann ich da irgendwo runterspringen? Hallo? Äh... Will der hier gerne helfen? Oh, Darlon! Oh Gott! Das wir hier nie treffen! Oder? Ja, Treff! Jawohl! Ja, ich versuche dir zu helfen! Wo, wo bist du? Irgendwo da oben... Ja! Klappe zu! Äh... Oh, da ist ja so einer! Okay, dann erledigen wir mal nochmal! Ja! Ja! Boah, der... Der Kopf ist ja komplett im Arsch! Bitte doch! Der ist ja noch nicht tot! Jetzt ist ja tot! Jetzt ist ja tot! Irgendwo da! Juhuuu! Oh, Straletten! Geh weg, du! Oh! 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 Oh, Scheiße! Ausgerutscht! Oh! 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 Ja! Alter, was zum... Was ist denn gerade los? Ich hatte irgendein Problem... Bleib hinten! Was? Ist das die KI? Irgendein Scheiß-Lack? Was zum... Keine Ahnung! Okay, das ist ja ein Problem. Irgendwas ist gerade los. Ich muss das Video unterbrechen. Also, man sieht sich im nächsten Video. Also, Servus.